Hallo und hier zu der ersten Folge von Minecraft Bedrohls. Ja, ähm, heute werden wir Bedrohls spielen, ganz alleine leider. Ähm, ich würd sagen, dann fangen wir gleich mal an. Wir spielen zu viert. Aber mit denen ich spiele, den kenn ich nicht. Jetzt sind wir hier im Anfangsbereich. Ähm, ja. Ich hoffe, wir werden Glück haben und dann... Welches Team werden wir? Okay, rot. Ähm, vielleicht erst mal ein bisschen eisern und golden. So, 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 so. So, 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 so. So. Dann können wir uns hier im Itemshop erstmal etwas sanster kaufen. Ähm, damit können wir unser Bett umbauen. Wer nicht weiß, worum es hier geht, hier geht es darum, dass man andere Betten zerstört und dass man möglichst... und das möglich... das möglich... das, ähm... Bett von einem nicht zerstört wird. Also man sollte das am besten umbauen und so, damit halt niemand es so einfach kaputt machen kann. Weil wenn es kaputt gemacht wird und man zum Beispiel runterfällt oder sonst irgendwie stirbt, dann, ähm, ist die Runde halt vorbei und man hat verloren. Aber, man kann, ich kann jetzt hier einfach mal... Warte, ich fall gleich mal runter. Ich mach erstmal mein Gold und so, wenn ich jetzt hier runterspringe, dann werde ich, ähm, wiederbelebt in fünf Sekunden und zwar jetzt. Dann bin ich einfach wieder da. Dann bin ich einfach wieder da. Aber wenn das Bett jetzt zerstört wäre, wäre die Runde für mich vorbei. Ähm, ja, falls ihr wissen wollt, auf welchen Server das ist, das ist auf mc-hypixel.net. So heißt der Server. Ähm, rechts seht ihr unten in dieser Leiste auch nochmal, ähm, hier ist, die Adresse, da könnt ihr im Internet drauf gehen und dann, ähm, findet ihr Sachen, die man dort machen kann, da findet ihr auch die Servernummer und ich glaube, ich gebe euch die Servernummer auch in die Beschreibung. Ja. So, dann kaufen wir uns hier eine Feuerkugel und ein Eisenschwert. Ich glaube, die meisten von euch kennen das sogar, weil das ist ein sehr berühmtes Minecraft-Spiel. Andere spielen das ja auch auf dem Gong-Server oder so, weil ich spiele lieber hier. Hier finde ich das besser. Hey, wer hat mich da runtergeschubst? Äh. Ah, ist mir eigentlich egal. Ähm, unser Bett ist schon ziemlich gut beschützt. Wie man sieht bei der anderen ist es noch nicht so gut beschützt. Ähm. Und, ja. Ich finde das macht halt Spaß. Deswegen spiele ich das. Das werde ich, ähm, jetzt öfter spielen. Wenn ihr ein paar Likes da lasst. Das wäre ja sehr nett, wenn ihr ein paar Likes da lasst. Ich habe ja auch noch nicht so viele Videos gemacht. Ähm. Ja, die greifen uns gerade hier an. Hoffentlich wird unser Bett nicht zerstört. Ähm. Ja. Und die beste Taktik ist auch immer, ähm, dass man sich halt eine große Festung baut. oder dass man sofort, wenn das Spiel anfängt, sich ein bisschen Wolle kauft und angreift. Ähm. In der Mitte gibt's Emeralds. An den Seiten gibt's Diamanten. Damit kann man Team Upgrades kaufen. Also so wie Schärfe oder sowas. Eher. Ich würde mich dann auch gleich mal zur Diamanten rüber bauen. In der Mitte sind natürlich Emeralds, wie ich gerade schon gesagt habe. Ähm. Und die sind halt auch am wertvollsten. Und dann kann man, damit kann man sich Diamantrüstung oder sowas kaufen. Halt. So. Das ist schon eingenommen. Das haben wir schon eine Strecke. Da sind bestimmt nicht so viele, oder? Gibt's hier was abzusmengen? Ne. Drei Diamanten. Drei. Los. Drei. Was? Drei. Drei. Der hat mich weggesprach. Okay. Der will nicht, dass ich da hin gehe. Ach egal. Ähm. Könnte sein, dass ich heute etwas leiser bin, weil ich etwas erkältet bin. ähm, ja gefühlt sag ich das jetzt zum tausendsten mal, dass wenn's euch gefällt dass ich da noch mehr davon hier gibt's halt auch noch andere Maps, ich werd dann auch ähm Murder Mystery und sowas spielen, das ist auch auf diesem Server, das ist ja darüber werde ich vielleicht demnächst in den nächsten Tagen mal so ein Video und unser Bett ist zerstört, ich weiß, das war jetzt vielleicht ziemlich laut naja, und ich bin zum Zettel, ja, jetzt kann ich ganz schön rumfliegen kann ich schön alles angucken und bin halt rot wollt ihr noch mal eine Runde? ja, noch eine Runde, ne? warte ich noch kurz okay, hier kommt niemand dann geh ich noch mal neu rein weil das ist meistens ein Fehler was ist das denn? was ist das denn? hä? der hat Schuhe eine Axt als Schwanz oh, schau, ein Keks nein, weiter kann ich nicht hier läuft einfach Creeper rum okay oder ne, ich mach jetzt ja noch ne Runde Maro Mystery ja vielleicht bin ich ja gleich als erstes Mörder das können vielleicht auch ein paar von euch vielleicht jetzt nicht so viele ja so ich bin innocent also ich muss mich vom Mörderer verstecken und versuche nicht getötet zu werden ähm und am besten ist halt wenn ich 10 Gold sammle dann kann ich nämlich ähm einen Bogenschuss kriegen und wenn ich den Mörderer damit dann abschieße dann ähm haben wir halt gewonnen ja so hey nicht mein Gold aufsammeln da war Gold Gold, 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 Gold kann man das in der Kisse kann man nicht öffnen nein, kann man nicht öffnen okay, ich muss zur Dekoration Mama, komm mal, komm mal help natürlich können andere auf diesem Server es gibt auch einen Detektiv der hat halt unendlich Schüsse ähm und er kann muss halt den Mörderer Mörderer töten damit den Mörderer keine anderen tötet ähm ja hier gibt's auch noch andere Maps der Detektiv ist gekillt also können wir jetzt einen Bogen suchen okay wenn wir den Bogen finden dann kann man vier der Dekki hm die werden die ganze Zeit welche gekillt ah jetzt hat schon jemand Schnelligkeit äh äh 10 Sekunden Blinden das stimmt doch Schnelligkeit äh doch wie doch noch einmal das war der Mörderer Ernst hat wie heißt wie heißt er wie heißt er ist 13 Prozent Detektiv okay ich finde ich finde nein wir wir sind der innocent der brennt am besten nicht gehen die mitte war dort die meisten und da lässt sich der mörder lieber nicht blicken die schnappen mir alle mein gold weg mein schönes gold der detektiv ist hier habe ich einen kompass der zeigt wo der detektiv gestorben ist ich werde alle ran wahrscheinlich ja gewann keine ahnung wer denn jetzt amort hat aber können wir mal was anderes spielen oder ne wir spielen nicht mehr m 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 Stimme die Lautstärke Alter, war das laut Okay Hoffentlich sind auch Rohr nicht gerade geplatzt Sehr sehr schade Ich fahre mich noch mal mit der Bahn Es ist zu laut Tut mir leid Falls das Rad vielleicht nicht so spannend ist Ihr könnt ja abstimmen, ob ihr mehr Mörder Mystery wollt oder Bad Rose Es werden beide Serien werden, die ich so machen werde 4 Gold Oh Schon wieder gewonnen Ich will nicht immer gewinnen Ich will auch mal ein besonderes sein Ich will zum Beispiel Mörderer oder sowas sein Kann ich jetzt mal Mörderer sein, bitte Sehr nett Oder Detektiv 15% Schau Oh, guck mal Das ist hier eine Star Wars Map Das soll so ein Kanonenboot sein Und das sind so X-Wings und so Wer von euch kennt Star Wars? Star Wars ist sehr cool Ich bin wie ein innocent Ich bin wie ein innocent Mann Guck mal Das hier ist so ein X-Wing Von Star Wars Aus dem 4. Teil Von der Rebellen Das ist so ein Am Cinth Das ist so ein und der Rebellen Das ist so ein Wie ist das? Das ist so ein Lager Mh Der Innocent brennt Hier kann man so einen Transport auf die andere Seite machen, aber ich habe bloß 1 Gold Deswegen kann ich das mal nicht machen Oh ja, 2 Oh, der Detective ist gekillt Ah, der war's Okay Bitte jetzt mal Detective oder Mörderer Okay Ich fall gleich mal am Anfang runter Mörderer Okay Muss ich alle töten Aber ich muss versuchen Nicht so aufmerksam zu sein Jetzt habe ich hier ganz schwer Der Innocent brennt Und Den kriege ich Und 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 Ich bin Keiner Ich habe mich gar nicht gesehen Und Die hat einen Bogen Was ist die? Was ist die? Was ist die? Und 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 Ich bin Ich bin Ich bin Ein Detektiv Ich bin kein Mörderer Nein, 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 nein Ich habe den Detektiv gequillt Und Und Ich werde verfolgt Ich bin relativ Ich bin nicht Tief Ach es Mist Ich war gut Ich war gut Ich war gut Ich war gut Jetzt bin ich vielleicht Detektiv 19% Chance Okay Bitte Ich werde Bitte 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 Nein Ich bin Nehmusent Ich bin Der, der brennt Warum muss ich immer Der, der brennt sein Oh Hier ist der Hallo Ich bin ein GRANSлеber Ich Mach Nichts Wurde Hier Wir sind Ne auch um der wird geschossen okay es wird geschossen Da muss man starten. Oh, hier. Temurot. Oh Gott. Der Innocent. Der Brandt. Der ist Temurot. Du Böses. Ah! Der Player, gell? Alter. Jetzt bin ich bitte mal Detektiv. Ich war noch gar nicht Detektiv. Ja, ich will das den Zuschauern hier zeigen, wie es ist, wenn man Detektiv ist. Ich kann heute gar nicht mehr reden. Oh, äh, äh. Entschuldigung, ich muss nochmal kurz los. Okay. Ich würde nur sagen, noch zwei Runden oder so. Das kam von da. Der ist das nicht. Okay. Okay, dann war das sehr gut. Der klingt gerade sehr viele. Ich traue ja nicht. Ich traue ja nicht. Ich traue ja nicht. Ich traue ja nicht. Ah! Oh, Mist. Okay. Der ist nicht mal hart. Mist. Ich trinke es trotzdem. Warum kriege ich immer Blindness? Und dann bringt mich dieser Mörderer um. Das regt mich auf. Hey. Jetzt kann ich bitte mal Detektiv sein. Warum muss ich immer ans Feuer laufen? Ich bin so blöd. Okay. Warum bin ich nie der Detektiv? Muss ich immer der, der brennt sein? Mörderer mag ich zwar mehr. Ja. Ich würde... Na gut. So kann man es auch machen. Ja. Ich bin der absolute Noob in Parkour. Deswegen... Ähm... Fahr' ich auch gleich mal aus der Welt. Ja. Ich werde nicht ganz normal ermordet von Mördern. Das geht ja noch. Sondern... Ich... Geh' einfach aus der Welt. Ja. Das... Ist nochmal ein... Sehr gutes Ziel. Was man schaffen kann. Also... Ich glaube, das hat noch niemand davor geschafft. So viel... Ich hab' nicht, Alter. Da... Tuu turuh... Hallo. Bitte habt ihr kein Schwert? Ich hab' bloß 10 Gold. Ist nicht zu viel verlang', denke ich. Hallo... Warum macht ich mehr Gold? Ich hab' sigo'n 5 Gold. Diese Runde geht ab. Ok. Aber jetzt fi~! Ja problematic. Das ist klar. da will ich lieber nicht anspringen hey du hast mir mein gold geklaut du kleiner warum schaut ihr mir mein gold hier wo war hier wo war hier wo war es sehr unglückt ich traue dir nicht wieso geht es nicht warum geht es nicht ein gold ein gold kommt ja ich traue hier kein wenn ich einen abschieße der nicht der mörderer ist dann vertraue ich einfach nicht dann werde ich selbst getötet den vertraue ich bin so blöd ich habe noch einen bogen aber schießt nicht drauf na gut das war nur kein richtiger was äh nochmal nochmal spielen letzte runde ja also Schluss für heute kategorie 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 die ich nicht drüber auf ich gehe jetzt ins glücksgadget nein ich bin ganz runter gefallen manchmal kommt man auch bloß ein bisschen runter das ist glück aber die runde hat nicht gezielt die war zu kurz der band scherlelelelelelelele leазend der brennd der brennd der ineoki bezahl Der gab'sel und noch ein Hebel. Geht hier keine geheimtür? Geht hier keine geheimtür auf? Aber diese Melb ist ganz schön aufgebrannt. Kann man hier aus dem Melb? Nein, kann man nicht. Das Gold, das Gold. Das ist etwas... Okay, da ist es. okay dann würde ich sagen wir enden diese folge ich hoffe euch hat es gefallen lasst unbedingt mal ein leiter wenn es euch gefallen hat ja das habe ich jetzt auch immer gesagt wenn ihr mehr davon haben wollt dann schreibt mir in die kommentare und dann